Hallo liebe Filmfreunde, nach meinem letzten Unpacking gibt es mal wieder ein Update aus meiner Sammlung. Kurz vorweg hatte ich ja beim Uncutter das Gewinnspiel mitgemacht mit den Murmeln. Heute ist der erste Platz bei mir mal eingetroffen und das wäre Bloody Reunion aus der Cut 3 Reihe. Vielen lieben Dank, lieber Uncutter, für die DVD. Sieht wunderschön aus, bin super begeistert. Das ist mein erster Film aus der Reihe, ich habe da noch gar keinen von, bin mal sehr gespannt. Und ja, die sieht wunderschön aus, die Hardbox. Bin echt begeistert. Hier steht nochmal extra drauf, Only the Hardest from Asia. Ja, das Ganze ist ungeschnitten, ist ein Horror-Thriller und das Ganze ist auch limitiert auf 2000 Stück. Das hier ist die Nummer 753 und ja, ist eine kleine Hardbox und sieht einfach echt schick aus und wird sich in meiner Sammlung auch echt toll machen. Und ja, toll, was du so verlost hast. Wir gucken mal rein. Im Inneren befinden sich anscheinend Sammelkarten, also Filmausschnitte zum Film. Die sehen echt schon mal sehr brutal aus, wie man hier so sieht. Und ja, das ist natürlich auch ein sehr krasses Bild. Bin mal sehr gespannt darauf. Und ja, hier im Inneren haben wir dann diese schöne DVD, die auch mit dem Cover der Hardbox bestückt ist. Ja, Laufzeit sind 91 Minuten und das sieht echt toll aus. Also haben die auch wunderschön gestaltet hier die Hardbox und die macht auch richtig was her mit diesen Sammelkarten. Finde ich eine super tolle Idee. Wird mir wohl mal dann weitere Filme aus dieser Reihe besorgen. Also ist ja schon mal ein super Anfang. Und ja, nochmal vielen lieben Dank. Ja, als nächstes habe ich mal hier aus der Eurocrime-Serie, die Filme habe ich jetzt auch noch nicht so lange, Kaliber 38 von Massimo Dalmano und ist aus der Anolis-Hardbox-Serie und ist wirklich ein sehr, sehr guter Eurocrime-Film. Ist hier die Nummer 6 aus der Anolis-Reihe und ja, ist ein spitzen Film. Ja, Kaliber 38. Warum heißt der Film so? Ja, weil die ganzen Polizisten, diese Special-Einheit kriegt, ich glaube, Pistolen, die dann das Kaliber 38 haben. Die also, wenn die schießen, würde ich alles zerfetzen. Ähm, der Film ist richtig spannend und actionreich und geht einfach nur ab. Und ja, wir gucken mal rein. Hier, die DVD sieht auch sehr geil aus. Genau zwischen die Augen, Kaliber 38, ist eine super Veröffentlichung von Anolis und ist eine kleine Hardbox. Ja, und ich kann Eurocrime-Fans nur diesen Film ans Herz legen, denn der Film hat es echt drauf. Und ja, der ist einfach nur Hammer. Einfach nur Hammer. Ähm, wird keine Minute langweilig, es geht richtig zur Sache. Also ein richtig schöner Action-Film, wie man ihn sich so vorstellt. Top. Und die Hardbox ist auch affenhart. So, dann haben wir noch einen Eurocrime-Film. In der großen Hardbox von New Entertainment, das ist die Viper. Ähm, ist ein Roma-Amano-Film und ähm, ja, es sieht auch super aus, die Hardbox hier von New Entertainment. Ähm, das Ganze ist auch limitiert von 600 Auflagen. Das ist die Nummer 448. Das ist auch so ein richtig reißerischer Eurocrime-Film. Ähm, ja, New, ähm, hat hier ganz tolle Specials drauf, äh, also so ein PC-Artwork, was man sich dann ausdrucken kann in, ähm, super Qualität, also als, ähm, Foto- oder Plakat-Motiv kann man sich dann die Bilder hier ausdrucken vom Film. Und, ähm, ja, Amberto Lenzi hat diesen Film gemacht und Amberto Lenzi-Filme sind ja eigentlich immer richtig gut. Ich hab, glaub ich, zu Anfang gesagt, Maurio, äh, Maurizio Merli, der spielt aber nur mit, ähm, das ist ein Schauspieler, nicht der, der den Film gemacht hat, sorry, also der Film ist von Amberto Lenzi. Und, ähm, wie gesagt, die Hardbox sieht auch spitzenmäßig aus und, ähm, ja, wir gucken noch mal die Seitenansicht an, das sieht auch klasse aus. Ähm, ja, wir gucken mal rein. Und da haben wir dann die DVD, ist auch anders gestaltet wie das Cover, also, ähm, schon das gleiche Bild, aber mit einem weißen Hintergrund, hier haben wir noch mal einen farblichen Hintergrund. Und ich finde die, ähm, ja, New Entertainment, ähm, Eurocrime und, äh, Grindhouse Collection, die sind immer vom Cover her schön gemalt und die sehen auch immer flott aus. Und das hier ist auch ein sehr zu empfehlender Film mit sehr harten Einlagen, ähm, tolles Teil. So, als nächstes, ähm, gibt's dann mal, ähm, wieder eine Keepcase. Hier haben wir den ersten Teil von Turtles, Turtles, der Film, ähm, ja, ist hier umgeschnitten, wusste ich gar nicht. Dass es den, ähm, ja, eigentlich immer nur geschnitten gab. Also hier sind Szenen drin, die, die es vorher so nicht gab auf der VHS, ähm, Kassette und im Fernsehen wurde der Film, ähm, immer in einer ganz anderen Fassung gezeigt. Hier liegt er in einer ungeschnittenen Fassung vor. 90 Minuten, hier sind Szenen drin, die sind, ähm, nicht nachchronisiert worden, die sind im englischen Ton beibehalten worden und wurden dann deutsch untertitelt. Ähm, geht voll okay. Ähm, die Cuts, finde ich, sind auch verständlich, da die so, ähm, den Spaßbogen doch ein bisschen beeinschränken. Aber, ähm, jetzt ihn so auf DVD zur Veröffentlichung mit der ungeschnittenen Fassung finde ich sehr interessant. Und mich stört's jetzt nicht. Und das ist schon klasse. Also ich werde mir auch noch den zweiten Teil holen, der fetzt auch nochmal richtig. Aber den ersten Teil hatte ich super in Erinnerung. Und, ähm, ja, das ist nochmal die DVD. Das hat 12 freigegeben und hat auch ein Wendekover, dass keine Altersfreigabe dabei ist. Und, ja, wer, das ist ja hier, ähm, eine Zeichentrickverfilmung, die aber einsame Spitze ist. Und wer, wie gesagt, auf Turtles steht und noch den Film nicht kennt, der soll sich den bitte mal anschauen. Das ist wirklich ein super Film mit ganz großartigen Kostümen und einer echt coolen Story. Und auch super witzig gemacht. Also ich konnte jetzt auch noch drüber lachen. Nicht, weil er so lachhaft ist, sondern weil er echt gut ist. Und es macht echt Spaß, ihm zuzugucken hier bei der Arbeit, wenn die Turtles da auf, äh, Schredderjagd gehen, ne. Und einfach nur klasse Film. Ähm, dann haben wir Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Also einen spitzen Film zu seiner Zeit, wie ich finde. Ähm, ja, wurde ja auch schon ein paar Mal vorgestellt. glaube ich, auf YouTube. Aber ich muss ihn auch nochmal zeigen, weil er auch eigentlich zu meinen Lieblings, äh, Zeichentrickverfilmungen gehört, die es so gibt. He-Man Masters of the Universe ist einfach nur Kult. In meinen Augen. Und Dolph Lundgren spielt He-Man echt spitzenmäßig. Und, ja, es ist einfach nur super gemacht. Und, ähm, wirkt auch schon mittlerweile ziemlich trashig, aber sehr gut. Und das Ganze hat auch ein Wendekover. Und hier ist die DVD. Das Ganze ist, äh, ist die Original-DVD, die man kaufen kann. Es ist nicht das Bootleg, was damals umging. Ähm, manche haben ja auch nur das Bootleg. Und diese Version ist top, auch vom Bild, vom Ton her, einsame Spitze. Masters of the Universe, ein großartiger Film. Ähm, ja, dann aus meiner Filmserien-Sammlung habe ich dann nochmal, ähm, auch He-Man Masters of the Universe Season 1. Ist auch leider meine einzigste aus der Reihe. Es werden auch noch auf jeden Fall mal die anderen drei DVDs besorgt. Ja, das ist jetzt, ähm, die KSM-Version. Und, wie ich mitbekommen habe, ist, ähm, hier, ähm, ja, neu synchronisiert worden. Was mir aber jetzt gar nicht so auffällt, ähm, also ich kann auch mit der Synchro gut leben. Viele finden das ja wohl echt mies und mich stört es überhaupt nicht, weil ich merke es gar nicht, dass die neuen nach synchronisiert worden ist. Ich kenne, glaube ich, auch die alten Stimmen anscheinend gar nicht oder so. Oder es liegt schon so lange her, dass ich es einfach nicht mehr drauf habe. Auf jeden Fall ist das auch eine sehr tolle Veröffentlichung in meinen Augen. Es ist, ähm, die erste Staffel mit 33 Folgen dabei und, ähm, ja, die kann ich auch heute noch gut gucken als Erwachsener, ähm, weil die einfach top sind. Die kleinen Serien und, ja, man wundert sich, dass das echt so richtig gut zur Sache geht bei He-Man. Muss man auch mal die, ähm, Filme dazu holen, dieses Weihnachtsmärchen und, ähm, das, glaube ich, mit Sheila und so. Also, es ist klasse. So, ja, das wäre dann, ähm, mal wieder mein Update, ähm, für heute und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier der Hauptpreis, super, bin voll begeistert. Hier die 2 Euro Crime Filme und hier die 3, ähm, Keepcase Filme und eine Serie. Ja, dann, bis zum nächsten Mal, kommentiert schön und macht mal ein paar Daumen und, ja, bei, beim nächsten Update wird es auf jeden Fall, dann denke ich mal, ein neues Unpacking geben. Ihr könnt schon mal alle gespannt drauf sein, was es wird. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ciao.